Ich fange den Gäschel an. Ich will den Gäschel rausnehmen. Eins. Ich will den Gäschel rausnehmen. So. Zwei. 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 Drei. Zwei. 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 Vier. Okay? Andere Seite. Und. Eins. Zwei. 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 Anschauen. Zwei. 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 Vier. Und das Ding hier ist der Halssport. Wir gehen zu diesem Punkt wieder. Er ist auf meine Hand. Ich schaffe das. Und dann kommt er von unten. Und dann kommt er. Und dann ist er für das. Weil er jetzt mit Zwirsch macht. Und warum ist er mit Zwirsch? Mein Geheimnis kommt. Warum ist er mit Zwirsch? Ich greife mit meinem Bladen. Und hier. Und ich pariere ihn mit Halssort. Und von hier, ich greife beide Bladen. Und ich kann den Bladen wegmachen. Und ich kann ihn ausführen. Und ich kann ihn ausführen. In der gleichen Bewegung. Wenn ich von dort komme, Meier sagt, du hast den Upper Bord. Und du hast den Lower Bord. So kann ich hier gehen. Und ich kann dort wieder gehen. So. Das ist es. Danke. Und danke. Okay, haben wir das auch aufgemacht. Schön, dass du wir sind. Das kann ich dann auch aufgemacht. Und Nut Hirn. yourselves. Ja. Ich weiß nicht. Aber wie wir sind weiß ich nicht halt.